Moin Leute und Servus zusammen hier bei Tiny Venoms zum Format Team Tiny Venoms, eure Fragen und unsere Antworten. Und ich habe eine Anfrage vom Hörschlott bekommen, apropos Müll schreibt er. Kann es sein, dass meine Brachyperma-Harmory keinen Müll hinterlässt? Ich finde nach dem Essen nicht mal ein Bein oder ein Flügel von den großen Heuschrecken. Sie kackt auch fast nie. Habe nur bis vier kleine weiße Flocken bisher gefunden. Ist sie einfach nur sehr hygienisch, in Klammern Frauen halt. Also zu einem, ich sage immer, Hygiene ist kein Pokémon. Das geht Männlein wie Weiblein etwas an in der Tierwelt, sowie auch bei uns Menschen. Allerdings ist das tatsächlich eine Frage, die ich auch schon öfters bekommen habe. Und ich denke, du solltest dich dabei nicht so ganz so stressen. Wenn eine Spinne sehr effektiv frisst, und ich habe diese Beobachtung bei mir tatsächlich schon auch innerhalb einer Art sehr unterschiedlich wahrgenommen. Es gibt Spinnen, ich habe das bei Acanthus Coria Geniculata gehabt, primär fressen sie wirklich sehr, sehr, sehr sensibel. Jedes kleinste. Also Futter ist so das höchste Maß der Dinge und das höchste Gut im Leben. Das stellt man bei vielen Spinnen fest. Andererseits ist es auch so, dass teilweise die Tiere dann kommen und einfach so primär fressen. Dann fliegt hier was runter. Es gibt Tiere, die machen ein Spinnennetz, ein Fressteppich. Entschuldigung, ein Fressteppich. Es gibt Tiere, die machen das nicht. Ja, es gibt Tiere, die legen das ab, spinnen ein Netz drüber, packen es wieder zusammen. Es gibt auch verschiedene Theorien zu. Machen sie das, um nichts zu verlieren und wirklich alles zu verwerten oder machen sie es halt, um Fressfeinde fernzuhalten, also andere, vielleicht Ameisen oder sowas. Es gibt unterschiedliche Theorien dazu. Ich glaube, es könnte ein guter Mix vielleicht sogar aus beidem sein. Manchmal gibt es ja eine Handlung, eine Aktivität, die vielem in die Karten spielt. Und ich denke, hier solltest du dich auf keinen Fall stressen. Wenn deine Spinne frisst, wird sie auch Müll hinterlassen. Es kann auch sein, dass sie ihn vergräbt. Ja, also nicht selten wird ja das Müllpaket, nenne ich es jetzt mal, irgendwo einfach primär in die Ecke gelegt. Also bei mir legen es sehr, sehr viele Tiere in die Ecke oder irgendwo an eine Ecke am Kork oder so, sieht man denn das Kügelchen. Ich habe aber auch schon beobachtet und ich habe auch Tiere und das sollte dich spätestens hier beruhigen, wo ich auch keinen Müll finde. Erstmal habe ich auch eine Bodenpolizei drin. Ich weiß jetzt nicht, ob du eine hast, aber wo die Tiere tatsächlich ein kleines Loch graben, das da ganz vorsichtig und behutsam reinlegen, als wenn es nochmal kaputt gehen könnte. Und dann wieder einen Schwung Erde drauf machen oder das Loch einfach offen lassen. Das ist manchmal sehr, sehr unterschiedlich. Also nur weil du keinen Müll findest, sollte das nicht heißen, dass es untypisch sein sollte. Und ganz ehrlich, wo solltest du denn sonst hin? Also wenn du nichts findest, dann gibt es natürlich auch letztendlich keine Hinterlassenschaften. Und wenn sie Kot absetzt, das ist ja so minimalistisch, also bei den Baumbewohnern sieht man es regelmäßig an den Scheiben, da sieht es aus wie schnell wie im Taubenschlag. Aber bei den Bodenbewohnern, wenn die denn dahin koten und du auch noch obendrein eine Bodenpolizei haben solltest, dann findest du erst recht nichts. Weil die Bodenpolizei macht ja stets einen guten Job, arbeitet 24-7, also stetig und arbeitet daran, dass das Terrarium sauber bleibt. Und dafür ist sie da und das ist ihr Job und an nichts anderes kann sie denken. Also von daher denke ich, lehn dich zurück, genieße es mit deinem Tier zusammenzuleben, es zu füttern und dass du tatsächlich gar keinen Müll siehst. Weil diese Kügelchen natürlich, wenn du sie siehst, Essensreste, Buckelfliegen, Reinlichkeit spielt auch hier eine Rolle, die dem Buckelflieg immer in die Karten spielt, wenn es unrein wird. Und dann kann man so, wenn man sowieso am Terrarium ist, mal gießt oder so, wenn man so ein Müllkügelchen sieht, dann kann man es natürlich auch entfernen. Wenn man es drin lässt, ist es gutes Futter für die Bodenpolizei, insofern du eine hast. Ich hoffe dir hier mit diesem Beitrag etwas geholfen zu haben und dass du auch deine Antwort gefunden hast. Wenn doch irgendwas sein sollte, schreib es einfach unten in die Kommentare. Ihr anderen natürlich da draußen seid auch dazu angehalten, euren Kommentar hier dazu zu geben oder eure Beobachtungen zu teilen. Darum geht es ja auch primär hier auf dem Kanal und wie gesagt, wenn was ist, einfach schreiben und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ihr bleibt wie immer bitte gesund. Ciao, ciao.